Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 75 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Und, naja, wie soll ich sagen, diese Woche war ja noch langweiliger als die vorherige. Es ging langweilig los, hatte in der Mitte so den langweiligen Höhepunkt und es drohte auch so ein bisschen langweilig zu enden, bis dann am Donnerstagabend, Freitag, doch noch so eine Handvoll News kam. Ja, die das Ganze so ein ganz, ganz klein wenig gerettet haben. Nun ja, ich würde vorschlagen, wir dröseln das alles hier mal in Ruhe auf und legen wir los. Ja, fangen wir doch mal mit der interessantesten News vom Montag an. Und das lässt schon tief blicken, was diese Woche angeht, denn es war nur ein Gerücht und dazu noch eins, was nicht mal uns Xbox-Spiele betroffen hat. Es geht um Indiana Jones. Action-Adventure wurde Anfang letzten Jahres angekündigt von Bethesda und Entwickler Machine Games. Beide gehören zu Microsoft. Und deswegen haben auch viele erwartet, dass der Titel exklusiv für die Xbox erscheinen wird. Nun hat sich ein Branchen-Insider zu Wort gemeldet und gesagt, das wird nicht der Fall sein. Indiana Jones ist auf dem Weg zu einem Multi-Plattform-Titel. Xbox-Chef Phil Spencer hatte ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass man diese Exklusivität von Titel zu Titel prüfen wird. Und auch was jetzt künftige Activision-Spiele angehen wird. Call of Duty ist da ja auch so ein Kandidat, wird auch für Playstation und andere Systeme erscheinen. Und anscheinend wird diesen Weg auch Indiana Jones geben. Es ist die Frage, ob das jetzt eine Entscheidung wirklich von Microsoft war oder eher doch eine Vorgabe vom Lizenzgeber, Disney-Lucasfilm. Könnte mir durchaus vorstellen, dass Disney daran interessiert ist, dass das Spiel auf möglichst vielen Plattformen erscheint. Deswegen denke ich eher, das ist eine Vorgabe seitens Disney. Aber ich weiß es nicht. Sowieso ist ja alles noch nicht offiziell. Alles nur Gerüchte. Naja, ich bin erstmal gespannt, was aus dem Spiel überhaupt wird. Denn seit Januar letzten Jahres gibt es ja null Informationen dazu. Außer diesen kleinen Mini-Teaser-Trailer, der da veröffentlicht wurde. Ich hoffe mal, nächste Woche Sonntag Xbox Showcase, dass da endlich mal etwas Licht ins Dunkle gebracht wird. Vor zwei Jahren hat bereits der erste Teil ein Remake spendiert bekommen. Jetzt ist bald Destroy All Humans 2 an der Reihe. Black Forest Games und THQ Nordic haben nun einerseits den Releasetermin verraten. Am 30. August ist es soweit. Dann können alle interessierten Spieler wieder in die Haut von Alien-Krypto schlüpfen und da ordentlich auf Menschenjagd gehen. Zudem hat man die Vorbesteller-Phase eröffnet. Es gibt einmal eine Standard-Edition für 39,99 Euro und dann eine Special Edition inklusive DLC und Skinpack für 54,99 Euro. Das Interessante daran ist, alle Vorbesteller erhalten kostenlosen Zugriff auf ein neues Multiplayer-Spinoff namens Destroy All Humans Clone Carnage. Das Ganze kann man auch separat erwerben, kostet dann 12,99 Euro und das bietet Gefechte für vier Spieler online, beziehungsweise für zwei im lokalen Splitscreen und da kann man ordentlich Zerstörung verbreiten. Dann wurden jetzt die Neuheiten im Xbox Game Pass vorgestellt, also bis Mitte des Monats und man hat durchaus ein paar tolle Titel dabei, oder? Diese Woche schon For Honor, Marching Fire Edition und Ninja Gaiden in der Master Collection. Nächste Woche folgen dann noch Assassin's Creed Origin, Chorus, Disc Room und Space Lines from the Far Out. Dafür müssen wir uns aber auch von ein paar Spielen verabschieden. Den Game Pass verlassen am 15. Juni. Darkest Dungeon, Dungeons & Dragons, Dark Alliance, Greedfall, Limbo und Worms Wumble. Ja, auf der einen Seite mal wieder tolle neue Spiele im Xbox Game Pass, auf der anderen Seite mal wieder ein eher ernüchterndes Line-Up in Sachen Games with Gold Juni. Die Spiele habe ich euch im Video vorgestellt, Link findet ihr unten in der Beschreibung, wie immer. Na ja, was soll ich sagen? Highlight, wenn man es so nennen kann, Avon Colony, strategisches Aufbauspiel, aber ist natürlich nicht jedermanns Sache. Die restlichen Kandidaten, Project Highwise, so eine Turmbausimulation. Super Meat Boy, durchaus ein Klassiker, hat auch seinerzeit tolle Bewertungen bekommen, gab es allerdings schon mal im Rahmen von Games with Gold, hat ein findiger Kommentator geschrieben. Und ja, 2016, ich habe nachgeschaut. Und dann gibt es noch einen Puzzle-Plattformer, West Skulls. Nun ja, keine Ahnung. Ich bin ja immer wieder hin und her gerissen. Einerseits sind Gratisspiele, was will man da erwarten? Andererseits muss man mit so einem Angebot auch nicht groß werben, also kann man sie auch sparen dann. Na ja, was sagt ihr dazu? Ist für euch irgendwas dabei? Haut's gerne in die Kommentare. Dann fand in dieser Woche ein Warhammer-Event, Warhammer Skulls, statt. Warhammer ist ja so ein klassisches Tabletop-Rollenspiel aus den 1980er Jahren ursprünglich, hat mittlerweile aber auch natürlich seinen Weg in die Videospielwelt gefunden. Und insofern gab es im Rahmen des Events auch ein paar Gaming-News, unter anderem neue Videos. Einmal zu Blood Bowl, ein neues Entwickler-Video, und dann zu Space Marine 2, ein neues Behind-the-Scenes-Video. Interessanter sind da schon die beiden Neuankündigungen, oder sagen wir mal beinahe Neuankündigungen. Einmal Boltgun, Astrain-Neuankündigung, ist so ein klassischer First-Person-Shooter im Look der 1990er Jahre. Erinnert so ein bisschen, aufgrund der schnellen Gameplays, an Spiele wie Quake. Wer auf Retro-Shooter steht, der kann sich das Ganze ja mal vormerken, soll im nächsten Jahr erscheinen. Und dann gab es noch Shooters Blood & Teeth. Für mich eine Neuankündigung, wurde aber wohl schon mal vorgestellt, habe ich aber nicht mitbekommen. Ist ein One-and-Gun-Shooter. Sieht ganz lustig aus, das muss man dem Spiel lassen. Soll dann am 20. Oktober erscheinen. Die Ankündigung der Woche, also für mich persönlich jetzt, war im Grunde genommen keine richtige Ankündigung. Denn das Spiel wurde bereits 2018 das erste Mal angeteasert. Vor dreieinhalb Jahren, um genau zu sein. Dann war lange Funkstille 2020. Im Sommer gab es dann so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, auch nicht wirklich aussagekräftig. Und Ende 2020 ein weiterer klitzekleiner Teaser im Rahmen der damaligen Game Awards. Seitdem wieder Funkstille bis diese Woche. Da haben Electronic Arts und Bioware endlich Dragon Age 4 enthüllt. Also den vierten Teil der Rollenspielreihe. Und der hört auf den Namen Dragon Age Dreadwolf. Zur Story gibt es ein paar Infos. Ich muss sie mal hier vorlesen. Hinter Dreadwolf verbirgt sich Antagonist Solas, der Schreckenswolf. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk oder einen Erlöser, der sein Volk retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt. Nun, weitere Infos gibt es tatsächlich nicht. Nicht mal einen Release-Termin. Aber wir wissen jetzt, Dragon Age 4 heißt Dragon Age Dreadwolf. Ebenfalls bereits angekündigt seit 2020 ist The Callisto Protocol von Striking Distance und Crafthorn. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Survival-Horror-Spiel. Und das Interessante daran ist, dass ein großer Teil der Entwickler vorher bei Electronic Arts an Dead Space gearbeitet hat. Und das sieht man in The Callisto Protocol auf alle Fälle an. Jetzt hat man den Release-Termin verraten. 2. Dezember ist es soweit. Und zeitgleich auch einen neuen Trailer, einen Gameplay-Trailer veröffentlicht mit ersten Spielszenen. Und hey, das sieht wirklich fantastisch aus. Alle Achtung, wer nur irgendwas, so ein ganz klein bisschen mit Dead Space anfangen kann, der sollte sich The Callisto Protocol auf alle Fälle vormerken. Sieht sehr vielversprechend aus, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen haben solltet. Unten in der Beschreibung gibt es den Link. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand dann die State of Play von Sony statt. Und da hatte Capcom die Hauptrolle. Unter anderem hat man auch ein neues Spiel angekündigt, was auch für die Xbox erscheinen wird. Resident Evil 4. Also kein neues Spiel, das ist ein Remake. Wurde ja bei den ersten Teilen auch schon so gemacht. Jetzt ist also Resident Evil 4 an der Reihe, bekommt eine optische Aufhübschung. Das Ganze soll dann am 24. März nächsten Jahres für die Xbox Series XS erscheinen. Nicht mehr für die Xbox One. Dann gibt es noch einen ungefähren Termin, sehr ungefähr, für Street Fighter 6. Das bietet ihm ab, wurde ja bereits Anfang des Jahres angekündigt. Jetzt sagt man, nächstes Jahr soll es erscheinen. Auch hier wieder nur für Xbox Series X und S. Dann noch ein Nachtrag zu Call of Duty Modern Warfare 2. Hatten wir letzte Woche schon, da wurde das Artwork enthüllt. Und da hatte man in dem dazugehörigen Video ja schon so ein Datum erkannt. 8. Juni und jetzt ist es offiziell. Nächste Woche Mittwoch wollen Activision und Infinity Ward den Shooter offiziell vorstellen. Denn neu ist immerhin schon mal ein weiterer Trailer, in dem so das Team in den Mittelpunkt gerückt wird. So, kommen wir schon zu den weiteren oder restlichen News-Highlights, wenn man sie so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Einmal Spellforce 3 Reforced. Das Echtzeit-Strategie-Rollenspiel erscheint ja bereits nächste Woche am 7. Juni. Da wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der nochmal die Features zusammenfasst. Snow Warner, da ist diese Woche die 7. Season gestartet und zeitgleich wurde auch die Version für Xbox Series X und S veröffentlicht. Zur Erinnerung, wer das Spiel bereits besitzt, kann hier kostenlos upgraden. Dann geht in diesem Jahr auch wieder die Tour de France an den Start. Mit dabei ein neuer Spielmodus namens Race of the Moment, der in einem neuen Trailer jetzt vorgestellt wird. Ebenfalls ein neues Video gibt es zu F1-22, der Formel-1-Renn-Simulation und auch dieser stellt mal wieder die neuen Features in den Vordergrund. Dann haben wir Madden NFL 23. Der wurde jetzt angekündigt und soll am 19. August erscheinen. Zu Ehren des verstorbenen John Madden im Dezember letzten Jahres hat man jetzt das Cover des allerersten Spiels der Reihe aus dem Jahr 1988 quasi nochmal neu wiederverwendet. Nette Aktion, tolle Sache für Fans, sehr schön. Und was haben wir sonst noch? Naja, Pro Gymnast Simulator hatten wir ja bereits vor einigen Wochen mal. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, ob man den Titel ernst nehmen soll oder nicht. Aber wie gesagt, damals schon bei Steam hat der Titel Top-Bewertungen und irgendwie so ein bisschen spaßig sieht es ja schon aus. Keine Ahnung, ob das was wird. Er scheint jedenfalls am 10. Juni, also auch schon nächste Woche. Kommen wir zum Spiel der Woche. Und nun ja, da hatte ich in der letzten Folge schon ein äußerst, äußerst schlechtes Gefühl, als ich mir die Releaseliste angeschaut habe. Nun ja, es ist tatsächlich kein Spiel dabei, was ich hier als Spiel der Woche prämieren möchte. Aber wenn es kein Spiel der Woche gibt, dann vielleicht ein Anti-Spiel der Woche. Alte Tradition hatten wir ja schon mal. Und tatsächlich, ich bin direkt fündig geworden, denn es ist ein Titel erschienen, der mich schon beim Zuschauen dermaßen frustriert. Das gibt es gar nicht. No Front gegen die Entwickler, gegen alle Fans des Genres. Das mag ein tolles Spiel sein, habt Spaß damit, aber ohne mich. Die Rede ist von Ten. Ten Rooms, Ten Seconds. Ten ist ein, ja, herausfordernder Plattformer. Ein Retro-Plattformer. Und ich möchte jetzt gar nicht mal groß was zu der Optik sagen. Sehr reduziert, sehr klassisch, aber hey, alles in Ordnung. Es geht ums Spielprinzip. Ten besteht aus 10 Leveln mit jeweils 10 Räumen. Und für jeden Raum habt ihr genau 10 Sekunden Zeit, diesen zu durchqueren. Und zwar unbeschadet. Das heißt, dieses Spiel mündet hier in diversen Toten noch mehr Neustarts, in kaputten Kontrollern, die man gegen die Wand geschmissen hat, kaputten Wänden, die von Kontrollern beschmissen worden sind und, und, und. Das ist hier für mich der absolute Albtraum. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt mir das auf alle Fälle in die Kommentare. Das möchte ich gerne wissen. Ten. Ten Rooms, Ten Seconds. Ist seit gestern im Xbox Store als Download erhältlich. Kostet regulär 4,99 Euro. Jetzt zum Release nur 3,99. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Und in Sachen Games tut sich da zum Glück so ein bisschen mehr. Ja, los geht's am Dienstag, den 7. Juni, mit Spellforce 3 Reforced. Das ist das Remake des Echtzeitstrategie-Rollenspiel-Mixes. Hatten wir eben schon mal ganz kurz. Dann am Donnerstag, den 9. Juni, erscheint Tour de France 2022. Und am Freitag, den 10. Juni, habe ich hier zwei Spiele auf dem Zettel. Einmal der eben schon erwähnte Pro Gymnas Simulator und The Query, das Horrorspiel von Supermassive Games, auf das ich wirklich sehr gespannt bin. In Sachen Videos. Ihr habt es so gewollt, es wird ein Video zum Xbox-Kühlschrank geben. Ich bin auch schon damit angefangen, so ein bisschen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es nächste Woche schaffe. Es ist doch so ein bisschen umständlich, weil es passt hier nicht so vor die Kamera. Ich muss es ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen anders machen. Aber ich kriege es hin, wenn nicht nächste Woche, dann übernächste Woche. Und nächstes Wochenende bin ich einen Großteil unterwegs, schon am Freitag. Das heißt, ich muss die Xbox-News-Folge 76 schon am Donnerstagabend hier aufnehmen. Das heißt, es macht dann auch keinen Sinn, mit der Ausstrahlung bis Samstag zu warten. Das heißt, wundert euch nicht, das Ganze geht wahrscheinlich irgendwann Freitag online. Nein, ich komme dann am Sonntag hoffentlich pünktlich wieder nach Hause. Denn ihr wisst es, am Sonntag um 19 Uhr startet der große Xbox-Showcase. Und ihr erinnert euch auch, wir haben eine Verabredung zu unserem allerersten Livestream. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Um 18.30 Uhr legen wir hier los. Das heißt, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, die Technik in den Griff zu kriegen. Und ja, dann können wir noch ein bisschen quatschen über unsere Erwartungen und Hoffnungen. Also, nächste Woche Sonntag, 18.30 Uhr, YouTube-Kanal Xbox Aktuell. Hier seid ihr hervorragend aufgehoben. Ich freue mich auf euch. Und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 75 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, macht's gut.